So, da kommt man locker durch jetzt, locker flockig. Da brauche ich ja wieder mein Normalholz, toll. Normalo-Holz. Aber ich kann mal ein bisschen in die Feinheiten hier gehen. Holz war sogar richtig, da oben das... Oh, guck mal, hier ist ganz viel. Geil. Und alles zu wuchern hier. So etwa, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich meine, schon mal gut, dass man jetzt die Blätter setzen kann, seit einem Jahr oder so. Genau, dass man jetzt die Blätter setzen kann. Rote wird berechnet. Und Bäm. Da könnte man vielleicht so einen Zaun machen. Vielleicht. Und hier kommt dann noch das... Nein. Ich hasse es, ne? Dieser Inventarmod, der ist nicht immer gut. Weil der dann auch mal das ein oder andere falsche Holz da reinpackt. So wie hier jetzt gerade. Hä? Warum nicht hat der Netz da? Also, ich glaube, ich habe es von da oben runtergeschmissen. Ah. Na gut, hier würde es man eh nicht sehen, da drin. Aber ich weiß, dass es da ist. Und immer wenn ich hier hochlaufe, sage ich dann immer... Baaah. Oh, ich muss aber auf so eine Dschungel-Expedition nochmal. Wo man da in den ganzen Dschungel klein macht. Dann ein paar Blätter hier wieder weg. Und an einer anderen Position wieder hin. Ah, guck mal, hier hört der Baum auf. Heftig. Heftig krass. Ja, so ist schon besser. Aber hier unten auch noch. Geht sogar einmal hier rum. Cool. Muss ich nur mal gucken, wie ich an den Wegen am besten drankomme nachher von unten. Sollte man da vielleicht den Fly-Mod nehmen? Vielleicht. Aber nicht unbedingt. Man kann es vielleicht auch so machen. Nur halt ein bisschen langwieriger und länger dauernd. Davon ab, den hatte ich bisher nur einmal drin, als ich im Kreativ-Modus die Dorfbewohner mir erschaffen habe. So, jetzt kommen wir hier mit. Komm mal hier mit. Mann, krass, da sieht man ja gar nichts. Cool. Na doch gut, die Plattform hier vorne. Man sieht das alles so ein bisschen im Wald drin. Und jetzt heißt es Verstecken, verkleiden. Zumindest grob. Muss natürlich nicht jedes Stückchen hier bedeckt sein. Aber wahrscheinlich mache ich es trotzdem. Okay, nächstes Mal wird es, glaube ich, Zeit für eine Dschungel-Expedition. Mein Gott. Also es wirkt von hier ganz schön, ähm, heftig. Ja, sehr fackel-lastig, alles. Aber was wir mal machen, damit die Monster da nicht freuen, muss man es natürlich so bauen. Aber das gucke ich mir nochmal von da oben an. Ich gehe jetzt mal in das Schlafzimmer rein von mir. Und dann werde ich meine Taschen packen und werde durch den Dschungel rasen. Vielleicht nehme ich dafür sogar mein zweites Höllenportal mal. Ja, noch einen Schaufel habe ich auch mit. Cool. Es ist ja mal, hier wäre zu viel Gravel drin. Gebe ich auch auf eine Art zu. Deswegen wollte ich jetzt hier mal eine Leiter einbauen. Äh, eine Treppe. Das stimmt, ich habe überall so drei bereits die Wege gemacht. Das ist natürlich aber alles mit Bedacht hier machen. Wenn man die ganze Optik nicht hinhaut. Das ist natürlich aber alles mit Bedacht hier machen. So, hier muss auf jeden Fall noch schmaler gemacht werden. Kann man die... Oh, die Katze, die Katze. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich glaube, die Sitzung am Minecraft und versucht mich auf telepathische Weise zu kontaktieren. Dass ich sie da rausholen soll. Ich werde mal gucken. Im Bahnhof, ne? Ja, ich komme, Katze. Halte durch. Oh. Ich sage es ja nur ungern, aber das hast du davon. Guck mal her. Hä? So. Oh, krasse Musik. Tschüss. Ich muss in den Keller. Oh. Keller. So, wie war es? Dschungel-Expedition. Das kann da bleiben. Die Pfeile müssen dabei bleiben. Der Bogen auf jeden Fall. Fische werde ich mitnehmen. Zäune können weg und treppen. Treppen, Holztreppen, Zäune. Zäune waren hier oben drin. Gravel direkt daneben. Mob Drop hier vorne. Knochen. Das kommt in die andere Kiste rein. Hier oben. Hier oben. Vom Schieß. Einfach schießen immer. Immer auf mich drauf schießen. So, Moment. Könnte klappen, weil die Creeper haben jetzt Agro auf mich. Okay, jetzt die Creeper. Jetzt die Creeper. Vor allem, weißt du, der killt eine Spinne. Da noch so ein, was war das? Ein anderes Skelett? Aber die Creeper kriegt jetzt nicht hin, oder was? Nein, nein. Was machen die? Oh, da ist noch ein Creeper, der noch kein Agro auf mich hat, glaube ich. Ja, toll. Die nächste Spinne ist down. Komm, ich bück mich hier auch. Hallo. Sehr schön, sehr schön. Nochmal. Weiter. Mein Gott, was für ein Gezanke da drin. Ich glaube, das Skelett, was mich treffen möchte, das stirbt jetzt. Da ist es weg. Sauber. Ja, komm, der nächste, bitte. Nein. Oh, ätzend. Hauptsache, da sind nur vier Creeper nur drin. Vier Stück. Okay, Eisenschwert, was haben wir denn noch? Die Pfeile können da rein. Fackeln, okay. Brote sind sehr willkommen. Das Holz kann ich natürlich mitnehmen. Das regnet mir gleich eh on masse auf dem Kopf. Baumiges Knochen- und Knochenmehl. Und Faden. Da habe ich natürlich auch noch Knochenmehl. War in der Kiste spezial. Ich nehme aber mal ein Bett mit, falls ich da im Dschungel überleben, äh, überleben, ähm, schlafen sollte, wollen möchte. Dann nehmen wir noch mit Stone. Schön Stone und, ähm, das Erde mal kommt, muss weg. Ja, klar, ich könnte es auch sieben Bäume wachsen lassen und die abholstern, ist aber total scheiße. Ich möchte lieber irgendwo hin und alles platt machen. Schere nehme ich natürlich noch mit. Keine Schere verzaubern. Würde mich jetzt ehrlich gesagt mal interessieren. Ich glaube, habe ich schon mal geguckt, ne? Mann, bin ich vergesslich. Ich glaube, es ging sogar. Heilige Schere, der Super Scherkraft, plus eins, Ultra. Ne, die nicht. Nein. Haltbarkeit 3, 15. Ja, genau, lohnt sich ja bestimmt richtig für zwei Eisen. Äh, mein Bogen. Was passiert, wenn ich den Enchanten wieder? Nein, auch Disenchant. Ähm, Entzaubern. Das gab ein Level. Ach ja, Stärke. Okay, 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 okay. Nichts zu sacht. Boah, Stärke 5. Oh. Nimm ich. Boah, jetzt nur noch ein Schuss für jeden Mob. Für jeden Mob nur noch ein Schuss. So, warte. Falsche Reihenfolge. Jo. So, wie war's? Ins Bett. Ab ins Bett mit mir. Wird zwar grad hell, aber ich schaff's noch. Oh. Sag ich doch. Ah ja, da oben ist ja auch nix drin, ne? So, jetzt ab zum Höllenportal. Hölle! Nur am Durchrasen hier. Ist der zufällig an Slime drin? Nein. Krass, hängt der da rum? An meinem Höhlenportal. Entering the Nether. Ah ja, ne Blaze... Ne Blaze Spawn hab ich ja auch schon gefunden. Was man da mitmacht, muss ich allerdings mal gucken. Und hier noch durch. Allerdings erst im nächsten Part. Tschööö.